Die aktuelle Stunde ist zu Ende. Auf Vorschlag Ihrer Partei wurde über die Pflegesituation im Land diskutiert, teilweise heftig diskutiert. Wie ist Ihr Resümee dieser Aktuellen Stunde? Mein Resümee ist, dass sichtlich nach diesen aufgedeckten Missständen innerhalb von Benefit alles beim Alten bleibt. Das halte ich für skandalös, ehrlich gesagt. Das ist auch formuliert worden meinerseits. Wir darüber hinaus der Meinung sind, auch das ist formuliert worden, dass die Frau Landesrätin Schmidt im Bereich der Pflege einfach hilflos ist der Situation gegenüber und wir daher dafür sind, dass sie diesen Bereich an einen anderen Landesrat abgibt. Rechnen Sie wirklich damit, dass Greti Schmidt so handeln wird? Ich rechne ehrlich gesagt nicht damit. Ich rechne, dass da wie üblich man die Reihen schließt, obwohl die Kritik ja auch, und das weiß ich genau, auch aus den eigenen Reihen sehr stark kommt.